Wollt ihr mich niemals versichern? Es funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber es war auch dauernd zu gut. Indianerstaffel. Ich hab schon mal gesagt, die Räder haben nichts damit zu tun gehabt, dass es egaler Spielkultur ist. Und das Spielsgeld auch nicht. Ohne Scheiß mag ich den Nachbarn, dass wir immer irgendwelche Staffel-Ideen haben, die überhaupt nicht existieren. Indianerstaffel. Häubt ihr ein wässriges Bein? Häubt ihr ein wässriges Bein? Pferd uns den Vortranter in die JVA. Häubt ihr ein wässriges Bein? Stafflinge Indianerstaffel. Indianerstaffel. Ohne Scheiß, mal abgesehen davon, dass wir immer irgendwelche Staffel-Ideen haben, die überhaupt nicht existieren. Indianerstaffel. Häuptling Wesriges Bein fährt mit dem Ford Ranger in die JVA. Ich habe schon mal gesagt, die Federn haben nichts damit zu tun gehabt, dass ich Indianer spielen wollte. Und dies schminkt ja auch nicht. Ich hatte ja was ausprobiert, das hat nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber das war auf Dauerzug. Häuptling Wesriges Bein. Da hätte man ja kein Insekten, die Indianer hätten da ihr Leben weitergelebt. Ich bin fest der Überzeugung, dass diese Menschen, die damals da lebten, heute ist sogar die Elf. Häuptling Wesriges Bein fährt mit dem Ford Ranger in die JVA. Ich bin fest der Überzeugung, dass die Indianer in Freude ist, aber die Elf. Ich bin fest der Überzeugung, dass die Indianer in Freude ist, aber die Elf. Häuptling Wesriges Bein. Häuptling Wesriges Bein fährt mit dem Ford Ranger in die JVA. Häuptling Wesriges Bein. Es gab nie eine 300 Staffel. Ich bin fest der Überzeugung, die Living. Es gab nie eine 500。 Vielen Dank.